Wir beide wissen, dass Angst theatralig ist. Also gestatte mir die Freude, diese Show aufzuführen. Oh, ich hab das Sackgesicht wohl falsch eingeschätzt. Oh, oh, da kommt das Toxin. Ich kann es fast schmecken. Was passiert hier? Barbara! Ja, jetzt siehst du es. Das Grauen hinter dem Glas. Das Monster, das dein Ende sein wird. Außer du nimmst diese Waffe und verweigerst es ein. Hör nicht auf ihn! Bitte! Bitte, nein! Barbara, ich bin's! Dein Freund. Du kriegst mich nicht. Das lasse ich nicht zu. Du bringst allen, die dir folgen, den Tod. Sir, was geht da vor? Sie ist fort, Everett. Was meinen Sie? Barbara. Scarecrow hat mich bestraft. Er hat sie getötet. Nein. Oh, nein. Sir, wir müssen uns konzentrieren. Die Bürger Gothams brauchen sie. Ich hätte sie beschützen müssen, Alfred. Sie ist meinetwegen gestorben. Sir, bitte hören Sie. Aus Decks Dateien geht hervor, was der Cloudburst macht. Es ist eine Art Zerstäuber. Sir, sehen Sie denn nicht? Scarecrow hat die Mitte, die ganze Stadt in Angstgas einzuhöhlen. Sie haben die Aktivierung verhindert, aber es ist nur eine Frage der Zeit. Sir, haben Sie verstanden? Das hat er. Er fragt sich gerade, wie er so weiterleben kann. Master Bruce, lassen Sie Miss Gordons Tod. Er darf nicht umsonst sein. Du kannst sie nicht zurückholen. Lass Onkel Jay übernehmen. Nie mehr dunkle Erinnerungen, nie mehr Schmerz, nie mehr Angst. Nichts Ehrenwort. Ivy. Oh nein. Sir? Alfred, führe einen Satellitenscan der Stadt durch. Sag mir sofort, wenn du den Cloudburst hast. Natürlich, Sir. Wo gehen Sie hin? GCPD. Ivy war immun gegen Scarecrow's Gift. Sie glauben, sie wird helfen? Sie hat keine Wahl. Ich darf mich nicht dem Toxin aussetzen. Vielleicht können wir Ihr Hirn von der Wandsch haben und so das Warum... Ah, circa. Okay. Wenn mal etwas unter Schlucken passiert ist, war kein graueres Spiel. Es musste sein. Heute Nacht geht es um mehr als Gotham. Es geht darum, was in diesem Raum aus dir wurde. Wenn wir gerade dabei sind. Er hat das Gegenmittel bekommen, aber es hat nicht gereicht. Ich muss ihn finden und ihm noch eine Dosis injizieren. Was ist denn... Was muss ich tun? Was müssen Sie nicht... Was ist denn? Was ist denn... Was ist denn... Was ist denn? Das war's. I.B. 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 Ach, bereist es schon. Kobra-Spätpanzer zerstört? Unmöglich. Wir wissen, welches Kaliber er einsetzt. Die Panzerung hätte standhalten müssen. Man kann nicht einfach einen einzelnen Kampfpanzer einsetzen und erwarten, dass er ihn zerquetscht. Batman ist zu gut dafür. Phase 2 des Angriffsplatz aktivieren. Alle Cobras in Formation einsetzen. Mr. Wayne! Ich hoffe, der Panzer hat keinen Sprechen bereitet. Mr. Wayne! Ich dachte, es würde Sie interessieren, was das angeforderte Ben-Mobil am Ruhenturm auf den Einbau wartet. Mr. Wayne! Ganz süß, natürlich. Danke, Herr Luchis. Mr. Wayne! Es ist schon so lange her, Batman! Dann gehen wir gleich zum Ruhenturm. Nachdem wir ihn haben. Das ist schon. Was ist denn das? Das Flamethrone? Nee, ne, ist es nicht. Schade. Na ja. Ich bin beim Uhrentorn. Batman verfolgt mich. Ich brauche sofort Verstärkung. Anmarsch. Boah. An alle Unterstützungsteams, mich verfolgt als feindlicher Wagen. Taktische Hübe und Schuss. Drohens hier rein. Geil. Juppie, einsatzbereit. Jetzt muss ich nur Ivy zum Botanischen Garten bringen. Verstärkung ist unterwegs. Verstärkung kommt klar. Nicht durchhalten. Verstärkung kommt klar. Nicht durchhalten. Er wird auf den Weg und auf die была. Ich bin unter dem Schuss! Tom, der Letzte! Wie frällst du denn aus? Ich bin unter dem Schuss! Ihr seid auf euch alle eingestellt! Schaltet ihn aus! Wenn du mich aufjagst, nehme ich dich mit! Alle Begleiteinheiten sind zerstört! Ich hänge ihn ab! Okay, wir müssen erst die anderen Fahrzeuge ausschalten! Ein weiterer Lieutenant der Miliz ist aus dem Rennen! Tut mir leid, aber ich muss jetzt erst... Flamethrower ausschalten! Ich bin unter dem Rennen! Ist er entkommen? Er tappt! Ich bin unter dem Rennen! In der Rennen! Das ist zu krass gerade! Ich werde nach Ezrails brennenden Bärtsymbol suchen! Und seine Prüfungen fortsetzen! Noch eine Rüttler-Trophäe. Das ist einfach das Brindepad-Symbol, wir werden das schon irgendwann finden. Wir müssen wohl wieder... Nein. Oder doch. Wir fliegen mal hier drüber. Was ist das für ein tolles Gebiet hier? Ich habe vorhin eine an die Wand gekettete Leiche gesehen. Diese Stadt ist im Gas besser... Ich fürchte, drei weitere dieser Kobra-Panzer sind jetzt im Einsatz. Danke, Alfred. Ich muss sie ausschalten, bevor ich Ivy absetze. So. Da war was mit der Leiche. Leiche. Ah, ich sehe das. Ja, ja, ich auch. Ja, alles okay. Ich kann das jetzt nicht tun. Alles wird gut, wenn wir aufpassen und zusammenarbeiten. Ich kann das erst sabotieren, wenn ich die Verbesserung für den Unterbrecher habe. Blaues Licht heißt die Mine explodiert nicht. Gut. Bist du erst weg? Nein, er wartet nur ab. Halt die Augen offen. Wo denn? Ich sehe ihn nicht. Meinst du, wir haben ihn verscheucht? Verlass dich nicht drauf. Er ist immer noch da draußen. Wenn er wieder auftaucht, puste ich ihm das Hör weg. Was von der? Ja, ihr wisst in 나� als! Säck doch auch ein Grammar! Nein! Du wirst durch. Was? Verdammt, was ist mit dem Scheißstein los? Verdammt, was ist mit dem Scheißstein los? Was ist mit dem Scheißstein los? Was ist mit dem Scheißstein los? Was ist hier? Wenn der Scan da drüber gelaufen ist, springen wir runter und werden uns zerstören. Ich hoffe das klappt, denn sonst sind wir am Arschen. Kannst du weiter scannen bitte? Schwenk rüber!